Es war offiziell immer einen Tag in der Woche, mittwochs, dass sich der Arbeitskreis traf und dann wurde über irgendwas diskutiert und irgendwelche Dinge vorbereitet. Diese Gittersee-Geschichten, Rhein-Slitium-Werk-Gittersee, Fürbittgottesdienste gegen die Errichtung desselben und die Wahlauszählung. Und dann eben auch so theoretische Sachen, denen ging es auch immer darum, diesen anarchistischen Gedanken, es wurde dann Kropotkin gelesen und mühsam und die ganzen Anarchisten, die Texte miteinander verglichen und diskutiert und verquaste Diskussionen geführt, fand ich furchtbar interessant damals. Ich habe mir das auch alles durchgelesen. Ich habe mich da rein vergraben in allen möglichen Ansichten und hin und her. Da ging es immer heiß her. Es waren immer Gäste da, von Berlin, von überall. Da kam für mich die große weite Welt sozusagen vorbei. Es war auch immer klar, irgendeiner ist hier Spitzel oder zwei. Man lebte damit. Na gut, dann ist es eben so. Also es war erst anregend und man hatte plötzlich Leute, mit denen man reden konnte. Besonders der Roman Kalix ist mir sehr angenehm in Erinnerung. Ein hochintelligenter Mensch, der in der Lage ist, sich sofort seinem Gegenüber anzupassen, auf seinem intellektuellen Niveau zu agieren, aber auf Augenhöhe zu sprechen auch. Also das hat mich immer fasziniert. Er konnte sich umdrehen, hat auf der Straße bei einer Demonstration mit einem einfachen Arbeiter gesprochen, genau in seinem Gassenjargon und war sich mit ihm einig. Und hat denen auch ein klein bisschen Input irgendwie mitgegeben hintenrum und dreht sich rum und spricht mit Arnold Faz, der, was ist der jetzt, Fraktionsvize der CDU. Damals war er es noch nie, aber er war auch schon ein, und plötzlich versteht man nur noch jedes dritte Wort. Also das hat mich damals fasziniert. Er war für mich dann auch zeitweise, na vielleicht sogar so wie so eine Vaterfigur, da ich ja im Prinzip ohne Vater groß geworden bin. Ich habe da viele Gespräche gehabt, da auf dem Balkon bei Kalixen, es war gar keiner da, aber es war sehr angenehm. Aber es war immer getrennt, also die Leute bei Pax, die waren nicht irgendwie bei euch und... Naja, es kamen immer mal ein paar mit dahin, aber man legte schon Wert drauf, man ist was Eigenes und so. Ich saß dann allerdings irgendwann in den Wendewirren dann eher bei Kalixen als bei der Gruppe Pax. Ich saß dann aber auch immer wieder auf dem Balkon bei Kalixen als bei der Gruppe Pax.